Hey Tracy, kommst du heute zu meiner Party? Tut mir leid, ich mach heute was mit Heather. Ach, das ist lächerlich. Du machst nur was mit ihr, weil sie beliebt ist. Ach ja, vielleicht bist du einfach nur eifersüchtig. Was? Nimm das zurück. Erst wenn du deins zurücknimmst. Ich hasse dich. Ich hasse dich noch mehr. Tracy, du hattest recht. Ich war eifersüchtig auf dich und Heather. Es tut mir leid. Nein, ich muss mich entschuldigen. Es war mir so wichtig, beliebt zu sein, dass ich dich verraten habe. Freunde, Freunde. Aber wehe, du ziehst nochmal sowas ab. Du meinst wohl dich? Du meinst wohl dich?